Jo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Outer's Trials mit Dagnero, los geht's. Mit Armdrücken. Mit Armdrücken machen wir Feature. Fuck. Es lädt schon wieder ne... Ich krieg die Krise? Ich krieg die Krise. Oh, der Typ, ey, ich schwöre, ich melde den jetzt. Also, Leute. Ja, das macht aggressiv, wenn die dazwischen kommen. Ich habe in der letzten Folge jetzt die ganze Zeit ne riesige Loose-Serie gegen Dagnero. Oh, oh mein Gott. Alter, hat er gewonnen. Oha. Wie kann das denn sein? Ich muss auch kurz... Oh, der hat aber auch viele Punkte. Ich wär einfach Brain up K gerade. Irgendwie war ich schon weg. Ich hab alle Punkte verloren. Ich war bei fast 1500. Ja, ab dann darfst du nie wieder spielen einfach. Ey, es ist... Ja, ja. Ich will noch mehr. Mit 2000. Ganz entspannt. Oh, wenn du 2000 hast, dann ist das Spiel schon gefährlich. Ja, ja. Dann darf man nicht mehr... Ey, ich... Ich treff halt nicht. Es lädt halt nicht. Ey, der ist ja anscheinend echt nicht mehr so schlecht. Locker hat der irgendeine Person dazu geholt. Was ein Pisser. Komm nochmal. Sorry, dass wir immer das so anfangen, aber es macht einfach so süchtig. Es geht nicht anders. Naja, das ist eine Sucht. Ja. Eine Sucht. Und ich raste gleich komplett aus. Ich bin powerful und ich bin beautiful. Ich deserve zu gewinnen. Immer wenn ich das spiele, zwinge ich mich noch nicht zu blinzeln. Hä, was war das für ein Bug? Alter. Leute, ich... Ja. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Das bricht jetzt. Ich mach Zeitraffer jetzt, bis ich gewinne. Kein Bock mehr. Es ist verständlich. Zeitraffer, let's go. Ja, was ist mit dem? Ich bin gegen den. Und du gewinnst gegen den. Ja, ich hab gegen dich immer noch so Druck einfach. Das ist einschüchternd, weil du jetzt gewonnen hast so viel. Und den nehm ich nicht ernst, den verliere ich. Ja. Junge. Alter. Alter. Kann der mal aufhören zu leben? Ey, sein Leben kotzt mich so an. Sein ernster Blick. Seine Existenz, Alter. Boah. Das war anstrengend. Oh nein, ich bin nicht bereit. Du hattest so einen krassen Kampf und ich bin jetzt wieder... Entweder das ist ein Nachteil oder ein Vorteil. Junge. Hä? Wie? Ich hatte gar keine Chance? Alter. Oh, wer ist das denn jetzt? Pineapple. Wie viele Punkte? Ich kann nicht gucken. Okay. 1077. Oh, jetzt verlieren. Komm. Ja, das ist so ein Noob, oder? Es hat... Jogi, das war weird. Ich hatte das Gefühl, jetzt hat es irgendwie nicht geladen. Ja, ja. Das habe ich die ganze Zeit. Okay. Das gibt es nicht. Du hast gleich tausend bewundert. Als ob. Oh, das war so schlecht. Das wird jetzt schwer, zurückzukommen. Danke, endlich. Ich muss es nochmal machen, um sicher zu gehen, dass ich jetzt wirklich wieder da bin. Oh nein. Doch. Um sicher zu gehen. Oh mein Gott, Junge. Ich habe so Anlag gehabt. Ich bin wieder da. Okay, jetzt haben wir ungefähr wieder Gleichstand. Okay, Leute. Es tut mir leid für dieses ewig lange Intro. Wir starten jetzt mit der letzten wöchentlichen Prüfung für die Woche. Und zwar Schredder die faulen Äpfel, die dritte Hauptquest. Ohne Vorrichtung, stärker Gegner, blablabla. Let's go. Let's go. Let's go, Timmy Mario. Woohoo. Mario. Oh, herr-i-videa-tis-dicho. Habe ich das? Ich muss kurz sagen, ne? Ja? Ich habe das von niemandem gehört, von niemandem gesehen. Was? Noch nie habe ich das von niemandem gehört. Und dann habe ich selber das aufgestellt. Das Ditch? Nein, nein. Ich habe dann mal so zwei Bilder geschickt und gesagt, du kannst mir nichts erzählen. Und das habe ich ein Bild geschickt von Mario und Luigi und von einem Apfel und einer Birne. Und habe gesagt, du kannst mir nichts anderes erzählen, dass es nicht Apfel und Birne ist. Ich habe gar nichts verstanden. Junge, Mario und Luigi existieren einfach wie Apfel und Birne. Warum? Das sage ich. Weil die nur zusammen existieren, meinst du? Nein, weil Apfel ist rot und rund. Birne ist grün und zu länglich. Stimmt. Und Apfel ist auch viel mehr so das Main-Ding neben der Birne. Ja, schon. Wie Mario und Luigi. Das stimmt. Ich habe nur gerade den Zusammenhang nicht verschont. Ja, ja. Alter, ich sitze hier schon wieder komplett links daneben. Ich sitze quasi fast in dir gerade. Ich habe das nicht. Ich sehe gerade auf die Schnalle von meinem Arm und der ist quasi in meiner Schulter steckt das. In meinem Kopf. Ja, das ist noch nie irgendwie. Ja. Ich bin jetzt näher an dir dran und sage, man riecht es auch ein bisschen. Nein, ich verstehe das. Das liegt aber daran, dass die mir gerade so ein Ledergesicht aufgezogen hat. Stimmt, ja. Okay, ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Ja, ich weiß gerade nicht in meinem Kopf, was das für eine Mission ist. Da musste man dieses Boot schieben. Schwanenboot. Ah, okay. Okay, okay. Und wie gesagt, das mit den Ventilen. Alles davor ist relativ machbar, glaube ich. Boah, die habe ich höchisch lange nicht mehr gespielt. Ja, ja. Die fand ich aber sehr geil, wenn ich die gemacht habe. Die Map ist einfach krass. Ja, ich hatte ja einmal zu dir gesagt, als du es noch nicht gespielt hast, das ist auf jeden Fall wild. Ja. Ich liebe die Stimmlage. Oh nein. Die Stimmlage von Dr. Papi ist super. Ja. Ja, moin, da ist direkt einer. Das Ding ist genau da, müssen wir eigentlich durch. Oh. What the fuck? Komm her, komm, schnell, schnell, schnell. Schnell, 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 schnell. Ich renne da. Her, komm, her, komm, her, komm, her, komm. Hey, weißt du, Kara. Warte. Hallo, Nero. Nero. Dann rennt der erst. Egal. Dann soll er uns einmal treffen. Digga, er steht da. Achtung, da kommt jemand. Heiter. Geht gut los, ne? Ja. Chill dich. Ich schille die ganze Zeit mit diesem... ...Nutier. Mit dem Blinden. Nein, bitte. Ich nehm den nicht ernst irgendwie. Ich hatte einfach voll Angst vor dem. Mittlerweile lach ich ihn aus. Nein, bitte nicht schlagen. Okay. Ich mach ja schon mal die Spiele. Ich will jetzt keinen unnötigen Hit. Das wär so unnötig wieder gewesen. Und... Erstes Ding fertig. Erstes Ticket, man braucht nur drei. Stimmt. Oh, und wenn wir Glück haben, brauchen wir nur zwei Ventile am Ende. Am besten dann nur unten die. Das wär super. Okay, ja. Okay, hier ist ein Trank. Hier ist eine Tür, die wir da aufmachen müssen. Das nächste Spiel. Die Spiele sind sehr nah beieinander, glaub ich. Ist gut. Beim Karussell ist wahrscheinlich noch ein Spiel. Oh mein Gott, Junge, der blämmig geboxt. Der Blinde? Okay. Und sag ihm bitte ganz klar, du willst das nicht. Dann muss es akzeptieren. Bitte nein. Er boxt mich tot, Junge. Ich will... Was? Nein. Mein Leben. Verfiss dich. Geh weg, geh weg. Ein Faker von mir. Ey, Junge, das... What the fuck? Geh gut los. Ich hab dem so vertraut. Und der hat alles grad missbraucht. Du hast ihm vertraut? Du sollst ihm nicht vertrauen. Junge, ich hab ihm so vertraut, dass er mir nichts tun wird. Die ganze Zeit, auf einmal haut der alles in mich rein. Hier ist ein Trank, ne? Die versterben. Nein. Ich hab hier erst eine Spritze. Okay. Ich bin... Ich hab einen Balken. Okay. Ja, ich seh's schon. Bist du noch nicht mal im Kanal, Alter? Alter, Junge, das geht bei mir grad ganz komisch ab. Jetzt kommt noch der Psychosen, Mann. Oh, er sieht nicht! Der andere... Oh, nee! Ich brauch Heilung, ey. Oh, nice. Okay, ich hab das zweite schon. Nice. Okay, hier ist... Hier ist ein Trank, hier ist ein Trank. Okay, okay. Oh, man sieht schon wieder wen. Ja. Oh. Nein, 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 nein. Chill dein Leben. Ah, das hab ich doch gelernt. Man kann mit dem Herz nicht stunnen. Oh, mir sieht schon wieder irgendwer hier. Alter, was ist denn hier los? So viel Leute. Ich will doch einfach nur Ruhe endlich. Hier ist das letzte Spiel. Ich hab genug Herzen. Einmal in Schreffen, komm. Oh, 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 oh! Ein Herz, ein Herz. Alter. Geh da rein, da. Bei mir ist bis jetzt kompletter Pieper-Traum gewesen. Alter. Oh mein Gott. Nein! Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein! Junge, ey, das ist doch scheiße. Keine Not am Tisch erstmal wieder. Ausdauer! Dann kommt die auch noch zu mir gerade. Ich hab keine Ausdauer. Ich hab keine Ausdauer. Ich hab keine Ausdauer. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich hab den Notkanal aufgemacht. Ich hab den Notkanal aufgemacht. Ich geh rein, ich geh rein. Ich kann. Okay, ich bin drin. Ich bin safe. Scheiße! Aber ich bin halt gleich tot. Oh, die. Oh, ich auch. Ich auch. Ich hab regeneriert. Okay. Oh mein Gott. Das wird ja brutal. Ich nehm die Spritze mit. Aber wir haben jetzt schon mal drei Gegner, die schon mal nicht drin sein können. Das ist schon mal gut. Also ich glaub, der Nachtsichtgerättyp wird drin sein. Ein Riese. Ja, und die Mutter halt. Fahrt. Stell dich mal davor. Das ist voll lustig. Da bist du weggepusht. Alter. Okay. Jetzt ist das mit dem Entschärfen von den Toren. Alter. Ich werd... What the fuck? Ich werd komplett weggepusht. Ich glaub, der wird schon gesehen, oder so? Okay. Ja, irgendwer hat uns gehört, oder so. Ja, was ist das schon? Okay, bei mir ist die. Oh Gott, Mann. Okay, ich muss mich kurz verstecken. Es sind nur zwei Schranken diesmal. Die andere ist, glaub ich, oben. Das heißt, wir können, glaub ich, jetzt einmal durchschieben. Ähm, aber ich bebrauch erst mal Heilung, ey. Ja, ich hör nen Riesen. Ich versuch. Weil, macht das Sinn jetzt auch grad schon zu schieben? Ja, weil ich glaube, du kannst jetzt schon bis zum Feuer, und dann geht's auch schon mal ins Hoch. Ey, die wöchentliche Prüfung werden immer schwerer, von Woche zu Woche. Oh, nein, 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 der ist der Riese, der Riese, der Riese. Ja. Die werden immer schwerer. Alter, er will mich ver... Er hat mich gedribbelt. Gedribbelt? Ich hab... Ausgedribbelt hat er mich. Okay. Es wird immer herzer, von Woche zu Woche. Okay, jetzt muss ich... Ey, ich hab keine Heilung. Ja, ich auch nicht. Ich such gerade ein bisschen. Du hast nur ein Leben. Ja, ich hab einen Ball, ja. Oh, nein, da kommt jemand rein. Nein, 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 nein. Die Bombe! Mich hat eine scheiß Bombe getroffen. Ja. Das darf nicht passieren. Hi. Hi. Oh! Schülpst du weg, schülpst du weg. Danke. Ja, ja, ja. Alter. Diese Mission ist komplett. Was ist das denn hier? Pump Room. Jetzt kommt einer. Jetzt kommt... Oh, okay. Danke. Warte, kannst du hochziehen? Ja, ja. Ja, ja, kann ich, warte. Hier. Jetzt, du musst... Achso. Spring. Ja, ja. Oh nein, der ist hier oben. Ey. Pass auf, pass auf. Batterie, Alter. Was soll ich damit? Genau, hier oben ist die letzte Schranke. Bombe, Achtung. Ja, ja. So richtig durch die... Schalke. Ja, doch, ich gehe jetzt durch die Schranke. Alter. Okay. Jetzt muss ich eigentlich mal das Boot schieben irgendwie. Aber ich brauche halt Heilung irgendwie. Ja, ich brauche das hier. So wenig Heilung. Hä? Ich habe drei... Ich habe drei Leben. Ich habe, glaube ich, irgendeine Fähigkeit, wo ich tatsächlich das ganze Leben regeneriere. Ey, übrigens, man kann halt durch diese Feuerdinger laufen. Also nicht durchs Feuer an sich, sondern wenn die halt aufhören. Würde ich aber an der Stelle nicht machen, weil das macht zwei oder drei Herzen Schaden. Wenn du getroffen wirst. Okay, ich bin unten. Nein! Ach du Scheiße. Was ist los? Ich bin fast gestorben, weil er nicht durchs Fenster gegangen ist. Aber dann habe ich es noch noch geschafft. Okay, ich bin am Anfang... Hier ist der Riese. Ich versuche, das Boot zu schieben. Also ich werde gerade gejagt. Und ich bin komplett am Limit hier. Ich habe einen Balken. Ich kann nicht... Ich schiebe das Boot. Ich schiebe das Boot gerade. Jetzt kommen dann schon die Ventile, wenn wir es schaffen. Oh Gott. Nein, jetzt kommt hier der Nächste. Meine Note, die ich am Ende bekomme, ey. Keine Ahnung. Geh doch weg. Er ist ja dumm. Der ist ja komplett dumm. Durch eine Art Bug habe ich es geschafft. Der ist einfach komplett in die falsche Richtung gelaufen. Oh, der kommt. Achtung. Was? Hä? Voll der Bug. Was soll das? Okay, ich gehe zum zweiten Stock wieder. Erst zum ersten Stock. Ey. Du musst doch eine Heilflasche sein. Oh, da ist ein Faker von dir. Nein. Verpiss dich. Eine Heilflasche, ne? Ja. Ja. Ja, ich hoffe, die ganze Reine. Aber hier ist nichts. Also, ich bin gerade bei einem Ventil. Du meinst ja, dass das gleich ist. Ja, ja. Ne, aber das geht anders. Du musst in den Pump Room dazu. Du musst hoch. Du musst hoch. Ich sag dir, wie das geht. Ich bin jetzt auch nur hier random. Oh, aber es gibt nur A und B. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Ne, doch nicht. B und D. Du musst hochkommen. Ich hoffe, dass ich halt eine Heilung holen. Okay. Oh, mein. Geh doch bitte mal kurz weg hier. Oh, der Riese ist jetzt hier hoch teleportiert. Du musst aufpassen. Der ist gleich vor der Tür. Achtung. Nicht raus. Nicht raus gehen. Was macht er? Der ist vor der Tür bei dir. Nein, bei mir ist er aber auch ein psychose Typ. Ja. Ich muss jetzt hier rein. Jetzt kommt er zu mir. Ich hab ihn gesehen. Ah, da kann man einen Kurvenhof machen. Komm, komm hier. Okay, es gibt einmal oben einen Pump Room, wo Ventil ist und unten. Ich würd' sagen, wir machen das zusammen irgendwie. Oh, er sieht mich. Ja, geil, Alter. Zwei Schaden, als ob... Oh, mein Gott. Wie? Alter. Alter. Der jagt dich. The fuck? Ich muss hier... Oh, mein Gott. Jetzt kommt noch der Elektrozyte. Oh, mein Gott. Was? Was? Ich bin tot. Hier sind grad so viele Gegner auf einmal. Ich versuch mich zu safen irgendwie. Oh, mein Gott. Ein Faker von mir. Ja. Ach du, Junge, was? Ich bin jetzt da... Ich bin deswegen jetzt irgendwo runtergejumpt. Ich bin noch am Leben. Ich bin hier relativ safe gerade. Siehst du mich? Ich wär jetzt easy zu dir gekommen. Aber wegen dem Faker bin ich irgendwo runtergesprungen. Ich muss jetzt... Hier bist du. Bleib unentdeckt. Bleib unentdeckt. Ich versuch's. Ach du Scheiß. Der kommt zu dir. Er wird mich safe. Oh, mein Gott. Hast du eine Spritze in dir, oder? Äh, nee. Ich sterb gleich. Ich sterb gleich. Ey. Ich verblute. Er steht halt hier in der Ecke. Wie soll ich das machen? Oh, mein Gott. Schaffst du, schaffst du. Wir haben's, wir haben's. Danke, danke. Okay. Hoch, schnell hoch. Oh, mein Gott. Das Ding ist, hier ist halt der Riese. Es ist so abgefahren. Der Riese ist so schlimm. Wir müssen da runter. Komm mit, komm mit, komm mit. Komm mit, komm mit. Schnell. Hier runter. Wo bist du jetzt, Alter? Hier runter. Ja, ich werd jetzt gleich... Der Elektro-Tryp ist hier unten. Ich bin unten, bin versteckt ein bisschen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich bin auf dem Weg. Oh, ho, ho. Hat mich nicht gesehen. Okay, und hier müssen wir jetzt das Ventil, dem Ventil folgen. Ich brauch halt echt einen Trank, ne? Ich werd gejagt, ich bin hinter dir. Okay. Hi. Er wird jetzt kommen. Er wird kommen. Ja, ja, der läuft hier im Viereck. Ja, der kommt von der anderen Seite. Ey, das ist ja... Okay, das ist wirklich Endstufe schwer. Boah, ja. Er kommt da. Achtung. Glaub ich. Warte, das kann man jetzt noch nicht machen, ne? Man muss... Nein, nein, man muss dem jetzt folgen. Ey, ich... Okay, okay, okay. Ey, Junge, hier ist jemand bei... Psychosenmann, Achtung. Wie soll man das schaffen, zu zweit? Warte, ich bin durchgerannt. Psychosenmann kommt. Oh, dein Faker kam zurück und ist weggenommen. Das Gute ist, bei dem Nachtsichttyp, man sieht ihn von der Ferne. Er hat ihm zu folgen, halt, da unten. Nein, der Riese. Es ist abgefahren. Ey, das ist so crazy. Es ist wirklich krass. Ja. Und nicht mal mit Stun, das ist crazy. Und diese ganzen Steine und so, das ist halt teilweise nichts. Okay, ich bin gleich beim ersten Ventil, glaube ich. Es ist, glaube ich, immer der gleiche Weg. Oder auch nicht. Ich habe... Ne, doch nicht. Ich bin sehr nah dran. Alter, wo ist das? Folgst du jetzt hier dem von B? Ich folge er. Der ist es unten. Ich habe es, ich habe es. Ich habe das erste Ventil. Ich drehe es. Oh mein Gott, ey, wenn wir das schaffen. Das Ding ist, am Ende kommen wahrscheinlich alle Gegner, wo man dann die Kinder reinfahren muss. Oh mein, sieht mich jemand? Wo ist D? Oh Gott, ich sehe schon über jemanden. Alter. D ist oben. Ich weiß, wo es ist, aber du musst kurz auf mich warten. Ja, okay. Ja, ich sehe jetzt das Fragezeichen, glaube ich. Ne, es gibt ja ganz viele Fragezeichen. Das sind ja alles die Möglichkeiten. Wir müssen wieder hoch. Ich dachte, wir sind alle eben weggegangen, sondern auch so eins. Ne, das ist nur, weil es da der Nähe ist. Wir müssen gleich nochmal komplett hoch. Na, ich sehe hier den Treffer. Oh Mann. Man ist dauerhaft eigentlich am Wegrennen. Ja, ja. Ganz übel gerade bei mir. Wir treffen uns oben. Wir müssen aufpassen, wegen dem Riesen. Da ist ja das grüne Rohr, D. Und da geht's hoch. Und da war in der Hauptquest eben die Mother. Achtung. Da hinten. Der Riese ist da. Du musst aufpassen. Nein, jetzt kommt noch der... Ne, ne, ne. Es ist aber auch wirklich immer... Der Psychophon kommt immer im schlimmsten Moment. Ja, das ist true. Oh, aber er hat uns beide nicht gesehen. Ich werde jetzt hier... Warte. Wurde ich gesehen? Ich glaube, ja. Ne, es sieht mich, es sieht mich. Ich habe kein Gegenmittel. Hast du Gegenmittel? Äh, ja. Oh, scheiße. Ja, ich muss hier eins finden eigentlich. Da hinten ist einer, aber da ist doch auch der Riese. Ich habe eins, ich habe eins. Alles gut. Okay, du musst wieder hoch, du musst wieder hoch. Oh mein Gott. Oh Gott, der Riese habe ich geseehen. Der Fake von mir rät mir übel, Chris, hat er her. Gib mir doch einen scheiß Trank. Bist du wieder unten? Ja, ich bin gerade nirgendwo. Ich suche einfach eine Sache. Ich weiß auch nicht, wo ich bin gerade. Ich bin bei einem Beweis. Ich muss gerade wegrennen vom Riesen. Also, du weißt, wo du hin musst? Also, ich bin hier gerade wieder oben, wo der Riese ist. Ja. Okay, ich komme. Warte. Also, ja, ich sehe es. Ich bin bei den Stairs, hier drin. Da, wo D ist halt. Hier hin. Hier musst du hin. Ey, wenn wir das schaffen, ich schwöre, ich gebe dir Geld. Nein. Okay, komm mit. Oh, First Aid. Ja, geil. Gegenmittel. Was, was, was? Okay. Mann. Okay. Und da musst du jetzt gleich mal gucken. Da, wo das Grüne hinkommt. Ich weiß halt nicht, wer jetzt hier ist. Da geht dann das letzte Ventil los. Okay. Alter, was geht ab? Was geht ab bei mir? Was ist da? Ah, okay. Die Mutter. Ja, ja, genau. Genau. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Ja. Hast du jetzt was im Auge gehabt von dem? Im Auge, was? Ob du hier das Rohr jetzt im Auge hast. Nein, ich habe es noch nicht gefunden. Ich habe den Anfang noch nicht gefunden. Der ist, glaube ich, hier. Pump Room. Hier, hier ist es. Okay. Okay, aber das Ding ist, es wird es halt so schwer, wenn die Mutter hier rumläuft, dem zu folgen halt. Okay. Ich folge ihm jetzt. Das Ding ist, wenn halt die Mutter kommt, muss ich halt irgendwie, dann verliere ich das wieder. Hier ist ein Trank. Ich versuche mitzugehen. Gott bless. Hier ist ein, ja, ja. Hier ist ein Trank. Ich musste den jetzt kurz nehmen. Okay, ich... Oh nein. Ja, scheiße. Egal, egal. Ich habe es noch, ich habe es noch. Sie sieht uns? Ich habe das Rohr, ich habe das Rohr. Lenk sie ab. Von wo hat sie uns gesehen? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir wurden nur gehört. Okay. Geil, 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 geil. Jetzt muss man es nur noch richtig reinschieben. Aber das ist das Schwerste. Da müssen wir uns gegenseitig hart supporten. Und jetzt nicht mehr treffen lassen, bitte. Wir brauchen die Leben für unten. Ja, jetzt... Da ist halt der Riese. Ja, okay, warten kurz, bis er weg ist irgendwie. Bis er ein bisschen nach links geht. Da sieht er uns jetzt so... Ja, kann er ja. Er kommt ja nicht hoch, oder? Was macht er denn dann? Sucht er den Weg nach hier? Ah, er geht in die Treppe. Das ist gut. Ey, geil. Wir haben ihn unabsichtlich ab. Weggelockt. Runter, runter, runter. Ja, komm. Hinter mir ist ein Faker. Ich habe einen Stein ohne Flasche. So, jetzt geht das Feuer runter. Ja, ich habe auch ein paar Sachen. Und dann müssen wir runter und dann reinschieben. Äh, hier ist Safe Room, Safe Room. Oh mein Gott, ja. Ja, wo ist der andere... Ja, keine Ahnung, muss suchen, muss suchen. Oh, pass auf, da kommt der Elektrotyp. Oh mein Gott, Junge. Ich habe es noch nicht gefunden. Nein, er jagt mich. Okay, ey, wenn er dich jagt, dann kann ich mich hier umgucken. Wir brauchen auf jeden Fall diesen Raum. Auf jeden Fall. Ja, das wäre sehr gut, ja. Ah, der Stein hat sich abgenutzt. Ah, hier, hier ist es. Ich habe den einen. Okay. Ich ping mal deinen Ort. Ich halte gerade. Du willst den, okay. Du musst dahinter wieder, dahinter. Ja, genau. Nice. Geil. Okay. Okay, ich nehme mal... Große Medizin. Booster gibt es nicht, oder? Doch, hier. Okay. Was soll ich nehmen? Ja, mach den Gesundheitsbooster. Ich mache Batterie wieder. Und ich mache noch Ausdauer. Okay. Sehr gute Voraussetzung. Ich habe zwei große Tränke, ein Gegengift. Kurz warten. Ey, das ist so krass, Alter. Oh. Ähm... Ja. Das ist wild. Leg gut ab. Okay. Erstmal so Stein jetzt... Selber so bekriegen. Okay, jetzt musst du es nur noch da reinschieben. Okay, ich schieb. Ja. Jetzt kommt dann halt die Mutter, ne? Wenn das... Wenn das passiert, ja. Jetzt musst du gut aufpassen auf die Tür da links. Da kommt die. Du musst die abwerfen. Naja, ich gehe lieber weg. Ja, das... Weg, weg. Ja, ja, das... Wir müssen... Das schafft man nicht. Die Steine sind zu lame. Ja, ja. Bei hier. Boah. Aber jetzt könnte... Also... Ja, mach du mal. Wenn es frei ist, dann mach. Ich habe die jetzt in den Raum hingelockt. Okay. Aber die kommen... Ja, die hat mich gebrochen. Ja, geil. Jetzt kommen wieder die Hits. Junge, jetzt kommen wieder die Hits. Die Hits? Jetzt werde ich wieder geboxt. Jetzt kommen die Hits, als wäre es Edosaya. Halbe Zigarette, Digga. Komplett. Und als wäre es Dagnero. Junge! Dagnero komplett Katastrophe. Ja, denk auf. Ist das fertig? Ja, das dauert ewig. Das dauert ewig. Oh, nice. Nice. Ich hätte mich geboxtet. Oh, nein. Du kannst da durch, ne? Easy, easy. Du musst frei da durch dann, ne? Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Okay, okay, okay. Ich muss mich kurz verstecken. Was ist, wenn man gegen das Ding geht? Können wir dann schlagen? Ja, dann kriegen wir schlagen. Ja, ja, nicht machen. Ah, okay, okay, okay. Das ist schon realistisch. Okay, ich komme jetzt auch. Da ist ein Faker von dir, glaube ich. Ah, nee, das ist was du. Komm zurück, Digga. Ich habe Heilung, ich habe Heilung. Ich habe, ich habe ganz viel. Ja, okay, 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 okay. Okay. Geh mir nach, ich kann den perfekten Weg, glaube ich. Ich kann nicht stunn oder so, leider. Ja, ich auch nicht. Kurz Ausdauerspann, Ausdauerspann. Vielleicht liegt hier noch was jetzt gleich oder so. Jetzt portet die sich wahrscheinlich gleich hier. Ich glaube, es gab einen besseren Weg, ist egal. Wir schaffen das, wir schaffen das. Jetzt portet die sich hier wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Wird da jetzt stehen. Oder so. Ja. Oh. Wir haben es geschafft. Oh mein, die steht ja hier. Ja, ja. Okay, sie sieht mich, ist egal. Gibt es mir einmal Schaden, ist okay. Ich will kicken, ich will kicken. Oh, nice, danke. Oh, sexy. Let's go. Jawoll. Oh, geil. Oh, ich habe gerade voll die Glücksgefühle, ey. Holy shit. Ich würde dir gerade gerne einen Check geben. Auf deinen Maul komplett und dann schlage ich dich tot. Ja, jetzt kannst du das Geld checken, ne? Das Geld, äh, ich habe nichts gesagt. So, ich habe jetzt immerhin Tickets, immerhin. Ja. Note C. Ist mir egal. Ist mir scheißegal. Wie viel? Fünfmal aufs Maul bekommen, ja. Krass, ja. Wir haben, glaube ich, 20, äh, 20 Mal irgendwie, ach nee, ich glaube, es war Geräuschfalle. Oh. Aber immerhin haben wir nicht verkackt. Wir sind nicht komplett gestorben. Ja, krass. Ich glaube, ich glaube, in keiner Prüfung, oder? Doch, doch. Eine. Also, ne, ich meine am Anfang, als wir halt die, äh, Dings da. Die erste. Ah, das mit den Schlüsseln. Die habe ich nochmal, äh, das mit den, lass die Gefangenen frei, im Polizeirevier. Ja. Mit den Toren. Also, in dieser, in dieser wöchentlichen sind wir gar nicht gestorben komplett, oder? Ach so, doch nicht. Ich weiß es nicht mehr. Aber in der, aber halt in dieser ersten, mit diesen Scherben, da waren wir übel. Ja, ja, in der ersten Woche. Ja, ja, klar. Klar. Aber auf jeden Fall, ähm, wollte ich noch sagen, ich habe diese Prüfung mit diesen Schlüsseln, äh, gestern nochmal mit ein paar anderen gespielt. Und alle anderen waren tot und ich habe es irgendwie geschafft, uns durchzucarrieren. Das war so heftig stressig. Okay. Ja. Okay, dann machen wir noch einen Arm drücken. Oh nein. Um die Katastrophe komplett zu machen. Ja. Ich bin bereit. Ja. Eigentlich nicht, aber ja. Gefahr gesichtet. Krise ist der Katastrophe. Junge, okay, ich werde sterben. Ey, das kann doch nicht sein, was war denn das gerade? Das war ein Streak. Das war so übelst durchgezogen und auch eine richtig schlimme Reise. Ja, das ist immer so. Ey, ich hasse das. Das Gefühl, wenn man einmal was verkackt, dann ist man in so einem Todeskreis. Ja. Ist wirklich so. Boah. Leck mich. Leck mich! Was war das denn? Ich bin ruhig, alles gut. So, jetzt geht's. Ich regle nicht auf. Ja, was war jetzt was? Keine Ahnung. Scheiße, Alter, Scheiße. Ich bin echt nicht gut drin, wollte ich kurz sagen. Ja, aber ich bin grad auch scheiße. Halt die Fresse. Ich bin richtig scheiße. Du bist voll gut. Ich hab das noch nie gespielt, tatsächlich. Doch, doch. Du bist sehr gut. Deswegen ist ja auch bitter, wenn du jetzt verlierst. Ja. Ja, schade, weil eigentlich kannst du es ja, ne? Das stimmt. Wenn man die Wahrheit ausspricht, kann ich das ja. Warte kurz. Guck. Ja, ist stark. Es ist ne Hassliebe, es ist echt furchtbar. Es ist auch so. Ja, gut. Okay, Leute, Feierabend. Das war's von dieser Woche. Feierabend. Ja. Dankeschön. Nächste Woche, mal sehen, was kommt. Dienstag wird das neue aktualisiert. Und dann... Nächste Folgen wird dann erstmal wieder Solo. Dann werde ich mich auch mal hier wiederbeleben. Ja. Dann Dankeschön und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschau tschau. Tschau tschau. Thanks. Tschau. Janik. iks.